His Name Was Jason? 30 Jahre Freitag, der 13. Doku auf DVD und, wie ich nun bemerkt habe, ebenso auf Blu-Ray umfangreiche Dokumentation zum wohl bekanntesten Horrorfilmcharakter der Filmgeschichte. Viele Interviews, Ausschnitte, inklusive zu den in Deutschland immer noch schwer zu bekommenden Teilen 3 und 4 der Serie, das Ganze wird moderiert von Tom Savini. Inhalt Vor 30 Jahren lief ein kleiner Horrorstreifen an, der bis heute 11 Sequels nach sich zog. Eine endlose Reihe der seltensten sowie kreativsten Morde in einer Filmreihe vorzuweisen, hatte und uns eine der furchteinflößendsten Gruselgestalten in der Geschichte des Horrorfilms. Auf die Leinwand brachte, die Special-Effekte-Legende und Schauspieler Tom Savini führt durch diese ultimative Dokumentation. Über den Mann mit der Hockey-Maske, der in drei Dekaden zahllosen Fans im Kino und zu Hause vor den Bildschirmen das Fürchten lehrte. Zahlreiche hinter den Kulissen Fotos und Filme, viele Clips aus dem Freitag der 13. Filmen und über 80 Interviews mit den Filmmachern, Schauspielern, Stuntmen, Spezial-Effekte-Leuten, Journalisten und Fans, darunter Sean Cunningham, Kane Hodder, Zed Green, Harry Manfredini, Betsy Palmer, Greg Nicotero, Adrienne King, Amy Steele, Ari Lehmann, Ken Kerzinger und viele mehr runden diese Dokumentation ab. Wer fließend des Englischen mächtig ist, empfehle ich allerdings, die US- bzw. UK-Variante zu schauen, da hier auf insgesamt zwei DVDs nochmal über 4 Stunden Bonusmaterial enthalten ist. In der deutschen Ausgabe erhält man nur eine Single-DVD mit Laufzeit von gerade einmal 87 Minuten. In der deutschen Ausgabe erhält man nur eine Single-DVD mit Laufzeit von gerade einmal 80 Minuten.